hallo guten morgen ja ein tolles teil wir da haben das haben wir von den nachbarn bekommen und die hatten einen großen hund und ein riesengroßes kissen und ich lag immer mit denen im hundzimmer und mit anlauf über das kissen drauf gesprungen und dann ist das ganze kissen durch das wohnzimmer gesaust gegen irgendwelche möbelstücke und um das dann zu vermeiden haben sie diesen kasten hergestellt wo das große kissen dann drauf lag dass wenn der hund dann mit anlauf drauf springt dass es nicht rutscht deswegen hat man auf die rückseite auch zu bockstücke zum bremsen hingeklebt so die rückseite gibt es nicht mehr und wir haben diesen kasten genommen und habe mir mal überlegt was wir damit machen könnten der hat sich zersägt das kuchenhäuschen draus und dann ist mir doch glorreiche gedanken gekommen dass wir dieses jahr obst trocken wollen mit bananen birnen äpfel und so weiter und deswegen haben wir uns mal so ein pot schwarzen lack besorgt und jetzt werde ich da anfangen die gäste da mal anzumalen ich wünsche mir die fläche hier gucken ob ich die ränder mitmachen wahrscheinlich schon sonst muss ich wieder einen krepp rummachen haben ich keinen bock drauf das ist jetzt nicht meine arbeitshose meine arbeitshose ist in der wäsche die voller farbe ist und ich auch keine zwei ansonsten fiel mir am ende dann sauber rosen was man eine braucht relativ dick machen sonst sieht man auch noch das holzdorf dann muss man zweimal lackieren das wollen wir ja nicht und wie war deine nacht so schrecklich wieso ganze nacht kopfschmerzen aber wenn man wenn ich war warte ich kopfschmerzen ich hoffe das wird bald besser heute morgen war es schon ein bisschen besser es tut mir ganz so schlimm wie gestern gestern abend und gestern noch wird sich ja wieder trotzdem alles maus dafür habe ich einigermaßen gut geschlafen heute nacht ich könnte dir stunden lang zu ich bin der noch ich bin der es ist so 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 Tschüss.